Hallo, lieber Timo. Ich freue mich, dass du bei den Lehrvoices mit dabei bist. Was treibt dich in deinem Beruf besonders an? Das ist die Möglichkeit, Zukunft gestaltbar machen zu können. Zukunft ist ja immer sehr ungewiss, sehr komplex, meist unvorhersehbar. Aber auf der anderen Seite bietet dies natürlich auch sehr viele Möglichkeiten dieser Komplexität zu begegnen. Was mich dann zum zweiten Begriff bringt, nämlich gestalten. Wichtig ist mir, das Miteinander mit den Menschen an Gestaltungsmöglichkeiten zu arbeiten, diese gemeinsam zu bewerten und die richtige für die jeweilige Organisation auszuwählen. Besonders erfüllend ist es dann, diese Gestaltungsräume mit Leben zu füllen. Denn nichts ist schlimmer, wenn man eine Strategie hat, die eigentlich nur eine PowerPoint-Präsentation ist und daraus eben nichts passiert. Wie würdest du das, was du tust, einmal ungewöhnlich in Bildern metaphorisch beschreiben? Als Stratege liegt natürlich die Metapher der Architektur sehr nahe. Wie ein Architekt befähige ich Organisationen ihre Zukunft zu gestalten, quasi gemeinsam ein Zukunftshaus zu bauen. Dabei beschäftige ich mich zuerst mit der Innenperspektive. Was die Personen, die in dem Haus leben möchten, gerne mögen, was ihnen gefällt, was ihnen vielleicht auch nicht gefällt, was so ihnen passt, was sie gut können. Das sind quasi die passenden Baumaterialien, die zur Verfügung stehen. Dann beschäftige ich mich mit der Außenperspektive. Wie das Haus im Vergleich zu anderen Häusern herausstechen kann, was das ganz Besondere an dem Haus ist. Und dann entwickelt man gemeinsam einen Bauplan, wie man das alles zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Woran merkst du in Projekten, dass gerade du am richtigen Platz bist? Ich merke, dass ich bei meinen Projekten am richtigen Platz bin, wenn eine besondere Energie entsteht. Und zwar eine gemeinsame Energie zwischen mir und meinen Kunden. Wenn man gemeinsam neue Möglichkeitsräume aufmachen kann, wenn man gemeinsam Dinge ermöglichen kann, an die vorher vielleicht niemand gedacht hat oder die vorher auch ganz unvorstellbar waren. Wenn ich über kreative Methoden, Ideen aus den Menschen herauskitzle, die über bloße analytische Arbeit oder das Einfache fragen, was könnten wir denn alle so machen, gar nicht entstehen würden. Als Stratege ist für mich das Arbeiten an einer Organisation besonders wirksam, wenn sofort ein Kopfkino anspringt. Wenn man sofort Bilder im Kopf hat, wie etwas aussehen könnte. Strategiearbeit bezeichne ich deshalb auch als kreativ geplantes Kopfkino. Ein, was das heißt, es war jetzt gar nicht mehr verwendet. Wenn ich mich, was schaffst, sehr starealanche, erlebe ich selbst nachsyktisch. Als ich jetzt nichtCU�� col